Der dümmste Scammer, den ich je gesehen habe, bist du jetzt, ohne Scheiß, Digga. Ich kenne keinen Dürmerer als dich. Yo, Leute, was geht da? Willkommen zu meinem Video. In diesem Video, Leute, schau dich den mal an, Digga. Hier ist der Scammer drin. Ja, ein Abonnent hat mir privat auf Instagram geschrieben, hier, dass er ihn gescamt hat. Ich werde das jetzt mal überprüfen. Ich werde jetzt erstmal ganz normal mit ihm traden und dann, wenn er mich scammt, Leute, dann werde ich ihn zurück scammen und ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Scammer ist, aber wenn er es schreibt, ich gehe davon erstmal aus und dann werden wir es jetzt überprüfen und dann, ja, ich gehe jetzt in seinen Gruppenkanal. Hallo? Hörst du mich? Ja. Lass mal traden, oder? Ja, okay. Warte, ich baue uns kurz eine Box. Ja. Krieg ich noch Baurechte? So, hast du jetzt, oder? Ja. Okay, gut. Ähm, was brauchst du denn so? Ähm, ich weiß nicht, halt unterschiedlich. Ich hätte hier eine 136 Jahre, ähm, Verlagerungsbrecher mit, ähm, 8 Perks und Doppel-Element. Ja. Ja, wieso nicht, klar. Klingt gut. Okay. Abgedroppt. Okay, äh, möchtest du, was möchtest du dafür haben? Ich hätte hier wohl 6 Eisbisse noch im Angebot, dann, äh, alte Betsy, Superschredder, ein paar Totengräber und Tränen. Ja, glaub das mal so. Hatte, äh, hier, drei Eisbisse sind das erstmal und dann mach ich einfach noch, ähm, eine Totengräber und, äh, Trinarität. Würdest du das machen, oder? Oh ja, soll ich editieren? Ja, die Türo. Das können wir gescannt. Ja, ne, ernst, Digga. Ja, warum nicht? Ist das dein scheiße Ernst? Ja, warum nicht? Willst du mich verhorchen? Nö, ich hab' ich vertraut erst mal lecker. Hm, die sind schon lecker, ne? Naja, egal, komm, die Waffen haben mich eh nicht gejoggt, hab' eh bessere. Naja, egal. Warte, ich nehme mir kurz mal, bohre ich dir weg, Digga, kann ich nicht mal drauf, kann dir nicht mal vertrauen, aber noch heute kann kein deutsch mehr. Ähm, ja, ich wollen wir noch mal trainen, aber diesmal fair und es gern. Naja, warte, ähm, okay, komm mal mit, wir bauen uns kurz einfach hier so eine Bau. Box auf, entspannt, ne? Ja. Bisschen größer mach' ich die. Du hast erstmal keine Baurechte, Digga, weil ich dir gar nicht vertraue. Okay. So, guck. Ja, es war halt kein Scam, weil du hast meinen Freund, äh, gescannt, deswegen. Ich hab' dein Freund gescannt, so, ja. Okay, ja, safe. Auf jedem Fall, da hab' ich ihn gescannt. So. Ja, was, ja. Was, ähm, hast du so, ich könnte dir wohl ein paar Sachen anbieten, heißt mal, warte ich, die Tür war mal Fenster rein, damit du alles so im Blick hast. Guck, ich hatte jetzt mal so, Honig, kennst du das? Ist voll selten. Hm, guck mal, ich hatte diese Trommelwirbel, aber die sind halt besonders, die sind irgendwie gemodelt worden, oder so, warte ich, guck mal kurz nach. Ja, okay, wollen wir dann, ich hab' ja ein Stack, ähm, Honig. Ja, ist gemodelt. Eins der Konig? Ja. Ey, ne, Digga, weil, ich mein, das sind zwei Stück, 171, und dann warte, wie viele Perks haben die? Ja, warte, okay, ich könnte noch was drauf. Drei mal Wasser, und der Rest ist halt, äh, so Standardzeug. Eins der Kupfer, 100 Malerit, 50 Bright. Leg mal noch, also, ich brauch' eigentlich keine Metz, leg' nur Waffen, leg' mal viele Waffen da hin. So, alles, was du dafür geben würdest, weil ich mein, die Waffen, die sind schon krass, oder so, ne? Ich hab' 130er Drachenfeuer, 130er Argon-Sturmgewehr, du weißt schon, ne, 130er, ähm, Energie-Element-Zappatron, äh, Foleki, und ne, Revolte, das Koners, äh, 142. Ja, okay. Mach' mir? Gerte, gerne. Bruder. Haha. Was machst du? Gern mal, wurde gescannt, Digga? Hey, was, ich hab' heute gescannt? Höh? Als ob er hat, wie er so'n Schwuss getroppt, Digga. Hahaha. Bruder. Wahrscheinlich. Ja, okay, lass' jetzt nur my train. Ja, okay, komm' rein. Ich geh' nicht wieder da. Hm. Ich bin zu blöd, so editiert. Ja, aber boh' ich dir jetzt, ich will boh' ich dir. Hm, na, okay, komm' Digga. Aber wenn du mich scams noch mal, ne? Ja. Digga. Ich kenne dich dann einfach, der, gar keinen Bock mehr auf dich, kein Plan. Haha. So, möchtest du deine richtig krassen Waffen, die du mir gegeben hast, zurückhaben? Nö, kannst eigentlich nicht behalten. Ja, ist mir eigentlich egal. Ähm, ja, so wirst du jetzt, ich hab' eh nur falsch getrockt, weil ich versucht, du bist ein Scanner. Ja, ja, moin' Digga, wahrscheinlich. Willst du jetzt die 130er M-Energie-Zapper-Tron? Möchtest du lieber hier diese Trommelwürbel haben? Also. Ja, dafür würde ich ja die Zapper-Tron und dann die 142er R-Volt des Kunders drauflegen. Hm, leg' mal noch ein bisschen mehr drauf, weil ich mein' Nein, die Waffe, das ist hier, ich glaub' sogar die seltenste Waffe zum Game. Ich bringe mir, äh, Dings mit Bauplan. Und dann noch nur OG Tiger Kiefer, Level 62. Okay, lass uns machen. Warte mal, ne 130er Superschredder noch. Und dann, mh, 130er Schrottschleuder. Guter! Und auch wahrscheinlich, hat auch wieder so ein Schmutz. Digga, du bist so ein dummer Scam, ne? Jetzt nur ehrlich. Was für, Bruder? Jetzt mal ehrlich, wie lost bist du eigentlich? Okay, dann mal fair, okay. Ja, wie oft willst du noch fair? Angeblich fair, Träden, Digga. Ich vertraue dir nicht mehr, ich vertraue dich nicht mehr. Ich vertraue dich schon seit Anfang an nicht mehr. Ähm, ja, lass mal einen Tatoos machen oder so. Inventatoos, ja, okay, komm. Oder? Was hast du deine besten Waffen, soweit? Ich meine, jetzt sicher, ob ich das noch schon machen werde oder halt nicht so, ne? Meine besten Waffen sind halt, ähm, vier Eisbüsse. Vier Eisbüsse, okay. Mhm. Ähm, 130er Doppel-Elementoten, äh, Wasser und psychisch. Mhm. Ähm, ja, diese Zapfadron. Ja, aber da, auf welchem Blitz waren die nochmal? Oder was war deine beste Waffe, auf welchem Blitz? 136 Eisbüsse. Ja, okay, komm. Gemordet. Okay, das klingt schon mal gut. Äh, wo trainiert du? Die hat Feuerelement, Feuer. Ja, aber ich baue uns mal so eine größere Fläche, wo wir trainen können. Ja. Ist es so gut wie ich baue, oder? Ja. Hier würde auch eigentlich gut, oder? Ja, geht klar. Ähm, was brauchst du so? Achso, wie vertaueltest du trainen, ne? Mhm. Ähm, ja, okay, dann lass machen. Aber Bruder, warum geht hier runter? Willst du mich schon wieder scannen? Nein. Ich meine hier, so ist es halt viel krasser zu trainen, ne? Mhm. Kleiner Scammer, Bruder. Kleiner Scammer bin ich. Willst du mich verarschen? Ja, okay, drop to first. Okay, warte ich. Nimm dir das für Baurechtweger, warum. Was? Ähm, hallo? Ja, hallo. Ähm, was würdest du, wenn du fertig bist? Hast du einen Hasen gefrüßtückt, oder was? Äh, ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich, was eigentlich der Gapenlue. So. Ja, hab gedauert, aber das war nicht mein ganzer Momentar. Warte. Ich hab die Waffe. Und die, die. Hab ich. Ja. Du auch mal hier, dein ganzes Inventar, so ne? Es ist das Ganze, so ne? Ja, 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 ja. Ja, gut, weil ich hab dich angelogen, ich hab noch was. Ja, ich weiß. Pfff, fufu. Willst du mich verraschen? Ja, gut, ich hab dich wieder angelogen, ich hab wirklich nur was hier. Dein ganzes Inventar. Alles. Außer die Metze oder so, die brauch ich nicht. Waffen und so alles. Das ist nicht alles, du hast noch mehr. Ja, okay. So, das war's, oder? Ja, also ich schon. Okay, dann komm nach vorne, ich hättet hier. Was? Nein, Bruder! Ey, die können mal die Chicken Nuggets verbrennen, ich hab nicht so viel Zeit. Willst du mich verarschen? Soll ich die Chicken Nuggets verbrennen? So. Na, es schmeckt das. Und das sind alles so Schmutzwaffen, oh, 100, oh, das ist wirklich 130 Waffen, so dabei. Okay, ich schau mir die mal an. Puder! Ja, und wo hat eine 136er Eisbiss? Hä? Wo war die? Ja, das ist doch eine 136er. 130er war das. Ja, das ist verpackt. Verpackt, aha. Ja, verpackt, auf jeden Fall. Ja, ist es. Wirklich. So. Weißt du was, Warte? Geh mal raus. Stell dich hier rein, ja. Nein, geh raus. So. Nein, Bruder, auf. Bruder. Warte mal, was ich jetzt machen werde. Ey, nein, mach nicht, mach nicht. Bitte nicht. Bruder, ich, ich bin V4 ist sein Cousin. Aber... Bruder, ich bin, ich bin, ich kenne Standardskill. Ich habe Stimm, ich bin Standardskill. Ich habe Stimmverzerrer. Ja. Ja. Ja, ich spielt kein Rettetrie-Welt. Und du liebst. Stanni spielt kein Rettetrie-Welt. Ist egal. Ist egal. Trotzdem bisher auch. Ja, das ist ein anderer Account. Ich habe das nicht mehr. Anderer Account. Ja, 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 ja. Ne, wirklich, wirklich. Was so ein Vogel bist du, Alter. Warte, soll ich mal, soll ich mal, ey, wie Standardskill reden? Soll ich schon mal den rausmachen? Warte ganz kurz, warte ganz kurz Warte, warte, warte Warte, warte Ich hab gleich, warte Schau doch mal ein bisschen Ja, das dauerte ein bisschen Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Ja, scheiße, scheiße Warte, ganz kurz So, komm, mach deine Scheiße aus Und jetzt, hier schau mal zu So Ich hab wieder angemacht Ja, ja, ja So, komm mal, am besten jetzt zu Nein, 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 nein Nein, 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 nein Bruder Weißt du was, du fliegst auch noch unter, Digga Was, was, nein, nein Habe ich ne Waffe, ich hab ne Waffe Oh mein Gott, ich hab ne Waffe Der Rest ist alles gelöscht Digga, der Rest ist alles gelöscht Nein, Digga Bruder Das ist alles gelöscht Der Typ heißt, da Designer für Chinesen Scamo wurde gescammt Ich kann nichts sagen Digga Du wirst jetzt Du wirst jetzt Du wirst jetzt Du wirst Der dummste Scammer, den ich je gesehen habe, bist du jetzt Ohne Scheiß, Digga Du warst von einem Freund gescammt Und ein bisschen Die Abonnenten haben mir Beweise geschickt auf unser Digga Also jetzt sei mal ruhig und Ja, dann Junge, okay Lass jetzt Fairtrade Noch einmal Fairtrade Wie Fairtrade Mit dir Ja Du wirst ja dummste Scammer, den ich je gesehen habe Ich scammer nicht mit ihm Ohne 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 Scammer nicht mit ihm Warte, komm mal zu mir Guck mich mal an Digga Ich brauche ich du So Stell dich jetzt genau auf diese Teile da So Du bekommst die Waffen zurück Wenn du was im Itemshop eingetragen hast Crater Code Max Kraske Ja, das klingt gut Ich würde sagen Das Video diente dann nur zur Unterhaltung, oder? Ja Ja Ja, okay, dann hier gönnen alle Waffen Kannst du auch meine mit dazu haben Kannst alles haben, was du haben willst Und so halt Ja So Gönn dir alle Waffen und so Ja, wirst du deine Waffen zurückkommen? Nö Ich hab gar nicht so viel Platz Ich muss Waffen weg Ich hab ein paar Müllwaffe für dich So und Ja Willst du noch was sagen im Video? Soll ich dir deinen Kanal abonnieren oder so noch? Ja, abonniert gerne meine Kanal Ja, warte mal kurz Ich lege dazu was in der Beschreibung, Leute Ich muss kurz gucken Ja Ich verlinke dich einfach in der Beschreibung Ja, okay dann So, lass jetzt den Like da Ich möchte 100 Likes sehen, Leute Wenn wir keine 100 Likes schaffen auf diesem Video Dann werde ich nie wieder YouTube rausbringen Ich weiß, Digga Ich muss jetzt los Meine Chicken Nuggets verbrennen sonst Ja Und 100 Likes Mach bei ihm 100 Ausfall Oder wie auch immer, keine Ahnung Auf jeden Fall Ich hoffe So Ja dann Und dass du ein Fehler